ja dann sag ich mal herzlich willkommen zu king of retail gestern gab es ein kleines live video dazu und heute wollen wir eigentlich da weitermachen wo wir waren stelle aber gerade fest wir sind im falschen profil nein wir wollen das nicht speichern oder haben wir das gestern gespielt weiß ich gar nicht das ist nämlich der richtige laden denn wir haben wollten genau so hier mal gestern im live stream auf gehört hier machen wir jetzt weiter genau wir haben zehn geöffnet wenn dann noch nicht die zeiten sprachen und fürs restocken der keine gar nichts im ganzen hause also ich stehe jetzt erst mal sagen wir machen jetzt erst mal damit weiter womit wir aufgehört haben sind die nur kindle information habe ich kein geld für das tut mir leid so gut das heißt was haben wir denn jetzt hier also irgendwie sehen die alle aus als ob die urlaub bräuchten schicken wir den mal in den urlaub und selbst können einmal in den urlaub gehen geht auch in urlaub mein gott dann gehst du auch in den urlaub wir haben noch ganz viele paletten okay das wird wohl heißen müssen jetzt hier neue polo sein machen haben wir denn jetzt wird aber wir haben schuhe das ist gut so 1807 25 davon haben wir 30 davon 25 Uffütteln 25 전 20 27 27 31 32 Oh, dann geht er noch ein bisschen weiter, um mich zu tun. ich bin doch schon da lo verhelfen tante so mal gucken ob unser restocking vogel jetzt auch alles auffüllt wie steht er hier nur rum genau ich habe euch ein tag freigegeben als nächstes müsst ihr schuldung einigermaßen ein bisschen geld kommt aber noch viel zu wenig ein bisschen schneller eine zweite kasse haben schwersten laden wieder vergrößern ja das mit dem restocking klappt auch ganz gut diesmal ein bisschen wird verdienen wir auch das sieht auch ganz gut aus klausen teil gucken wie es im lager aussieht die ganze ecke das weiß ich nicht ob der lieferant noch was hatte aber das werden wir gleich sehen so das war der erste tag dann wollen wir mal gucken du tru die nun geht auf schulung tru die tru die geht auf register schulung so den haben wir denn noch was mit dem hier dann bist du das mal halleluja erschreckt mich doch nicht so trotzdem diese noch schulung tschüss dann haben wir die beiden ausschulung das ist gut was haben wir denn jetzt hier noch beides restocking und du kannst du mal ein tag nach hause du kannst auch ein tag nach hause bleiben und der ist eine schulung so mal gucken was wir noch auf lager 6 hiervon noch mal 47 7 4 11 9 8 7 11 und 7 das heißt wir müssen jetzt ein bisschen mehr geld machen 3000 das heißt es kommen ein paar schuhe schuhe haben wir eigentlich gar nicht mehr auf lager lager schuhe glaube ich doch 11 1 2 2 3 4 5 5 7 5 7 7 8 7 7 8 9 10 12 11 11 22 okay dann wollen wir mal logging out machen und dann wollen wir mal gucken was die leute ihr denn hier so können und ich habe vergessen ventilatoren zu machen so der ist gut in marken auffüllen 60 okay bist du mit 60 alterstand das ist gut so dann haben wir einen neuen beim restocking kannst du auch restocking in dennen dennen oder so ähnlich so was haben wir denn jetzt hier noch restocking nein selbst braucht man erstmal nicht dann bist du unser neuer salesmann was haben wir denn jetzt hier ok erstmal die leute neu einteilen vergessen und zwar der hat volle energie der ist das monster die ist auf schulung 303 haben wir das heißt wir werden jetzt auf jeden fall ins minus gehen das jetzt hin da ist früh gucken wir mal ob wir nachfällen müssen leer wo bleibt meine war genau guten tag jünger man machen so lange schön voll ich brauche schuhe aber pronto 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 Ich geb mir Schuhe. Ich hab Schuhe. So. Ich hab Schuhe. Ich hab Schuhe. So, hier haben wir jetzt auch noch einmal Schuhe. Das ist gut. So. Das heißt, wir haben das aufgefüllt. So, du kannst Waste-Talking machen gehen. So. Ja, 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 ja. So, jetzt will ich Geld sehen, Leute. Geld, Geld, Geld. Storage ist voll. Ich seh noch ganz viel leer. Also, was kann jetzt denn? Viel zu wenig, Leute. Ich brauch über 20.000 mittlerweile. Also, ich würd wohl überlegen müssen, nochmal Werbung zu machen. Wir kommen nicht drüber diesmal. Ja, das ist scheiße. geht dark. Ja, ja. ich frage mich warum der hier nicht erfüllt soll er doch sonst irgendwas nehmen zum abfüllen hier das war die zweite folge ja komm eine geht noch ich bin heute echt am verzweifeln warum klappt das nicht immer dann wenn ich den live machen wenn ich den aufnehmen will dann klappt das nicht der ist der markt restocking ok sie macht sales restocking der buch frei das den luni ist da wieso geht das nicht dann ist der nämlich auch nicht da egal wer macht es machte das morgens er macht auch sein sie macht es mal mit aus alexis schule schulung der ist eine schulung er macht restocking macht er morgen dann bekommt er frei der mero clear da mero clear ja da mero clear der braucht das gar nicht okay dann kriegt der eiter frei hier ist ein e da hat uns einer verlassen tisch jetzt haben wir noch schuhe haben wir auch noch aber wir brauchen neuer so ich wollte doch noch was anderes gucken ich glaube unsere kredite haben wir alles schon aber schon bullshit ja jetzt müssen wir definitiv gucken dass wir im plus bleiben sonst haben wir ein problem jetzt haben wir erstmal diese schuhe wieder auf das heißt aber ein bisschen teurer ein bisschen teurer damit wir Gewinn haben haben wir auch noch eine solche beanie sind wir wenn man ich glaube können bankrott anmelden ich glaube können bankrott anmelden ich glaube können bankrott anmelden ja das einzige was wir machen können dass alle mitarbeiter lassen nur noch ein sales mitarbeiter hält doch die backen ich bin noch da du eierkopf ich sehe es ist das einzige was wir jetzt noch machen können okay tut mir leid liebe mitarbeiter aber so schnell gehen wir nicht auf also in der nächsten folge sehen wir ob wir da wieder neu anfangen müssen oder ob wir hier weiter machen können wir werden jetzt erstmal alle mitarbeiter entlassen sonst haben wir hier nur noch minzen also bis in der nächsten folge bis denn okay 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 okay